Alplan Intelligente Baudaten enthalten intelligente Makros für die Haustechnik, zum Beispiel die Sanitärgewerke. Diese intelligenten Makros wurden mit Fachingenieuren entwickelt. Sie ersetzen zwar keine TGA-Planung, ermöglichen aber auch dort die Ermittlung von Mengen und Kosten in einer bisher nicht gekannten Genauigkeit. Mithilfe intelligenter Makros können Sie alle Sanitärobjekte platzieren, wie Badewanne, Duschwanne, Waschbecken oder WC. In der Mengenkontrolle sehen Sie, dass nicht nur die Sanitärobjekte automatisch berücksichtigt wurden, sondern auch Leitungen, Fugen und notwendige Isolierungen und sogar ein Budget für Accessoires. Wie Sie es aus den Assistenten bereits kennen, können Sie auch hier einzelne Objektattribute gezielt verändern und zum Beispiel höherwertige Armaturen und Accessoires und Edelstahl statt Kupferleitungen wählen. Die Mengenkontrolle zeigt, dass sämtliche Einzelheiten berücksichtigt wurden. Sie sehen, mithilfe der Lösung Design to Cost können Sie auch in den Sanitärgewerken präzise Mengen und Kosten berechnen.